Wir gehen in die Taverne, voran die Idee-Hauptbahn, wir teilen, wir gehen, ja mal, zu, Kürsten. Lauter verdächtige Gestalten bringt mir eine zur Befragung. So sieht sie am verdächtigsten aus. So, wir brauchen noch einen Befragungsschlein. Viel besser. So, die da Hauptbahn? Ja, schreiten wir vor zur Befragung. Die Befragung ist nicht zu klein. Hör. So kann ich viel angenehmer befragen. Hallo. Hallo. Hey, ich stoppe mit einem von deiner Größe, Kaliber an. Nehmt ihn. Nun, sieht er so aus? Nein. Na ja, hat er doch ne Mütze auf. Also ich find, das ist ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Verkrennt ihn. Genau. Männer, offenbart ihn. Er ist es. Männer, zu den Waffen. Und dann ergreift sie. Alter. Ihr zerstört hier nicht weiter, Werle. Gib uns kein Bier mehr. Oh, ähm. Kein Bier ist schlecht. Lass es machen. Komm vor. Schlage einen fairen Kampf vor. Einer der Euren gegen eine der Iren. Wir sind doch gar keine Iren. So gut, wann soll es so sein? Immer in deinen fairen Kampf. Echt sei er. Gut. Ja, nehmt sie, nehmt sie, nehmt sie. Warum nicht? Ich glaub, die Winzlinge wirst du schon sagen. Nee, die Winzlinge. So. Und? Hauptmann. Hauptmann. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Das ist ein Job für den Hauptmann. Oh, ihr seid so mutig, mein Hauptmann. Oh, ihr seid so mutig, mein Hauptmann. Ach. Die Wachen haben gewonnen. Fair und ehrlich. Gleich Sabu unter den Pöbeln. Ach, euch fragt doch keiner. Wir haben gewonnen. Was habt ihr? Reicht nicht. Überhaupt, dass ihr hättet gewonnen. Dreh den beiseite von unserem Hauptmann hier. Das war total unfair. Ach, unfair. Ich zeig dir gleich, was unfair ist. Ihr könnt hier raus diskutieren. Hab sie diskutiert. Schau's was schon. Na komm her, getzelt. Ja. Ha. Sehr schön. Ich zeig dir gleich. Ich zeig dir gleich. Wah. 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 Vielen Dank.